Molle, der Timex hier. Wir spielen weiter das neue Game von Supercell, Boom Beach Frontlines. Mich hat das Game böse gecatcht. Wir spielen zum allerersten Mal mit Big Spin. Ich habe schon die ein oder andere Truppe maxed, wie zum Beispiel Assault, Medic oder Shotgun. Ich möchte gleich eine Level 10er Medic spielen und Big Spin supporten, aber auch Heavy und Assault und die ganzen Fahrzeuge. Es gibt so viele Truppen, obwohl ich jetzt schon so viel gezockt habe, dauert das ewig, einmal alle Fähigkeiten, Zauber, Verteidigungsgebäude, Panzer, Fahrzeuge, Einheiten zu spielen. Sehr, sehr geil. Wenn euch das Ganze gefällt, genauso wie was bald rauskommt, Clash Mini, Clash Heroes und ein großes Clash Royale Update, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Ich habe keine Ahnung, wie die Spiele, sag mir, wie die Spiele. Hast du Sniper schon? Ne, ne? Ich habe gerade, also ich kann dir sagen, weil ich habe also Cards, du willst meine Cards wissen, ne? Ja, deine Einheiten, ja. Also ich habe Assault, Medic, Heavy, Machine Gun, Armored, Car, Sniper, Tower, das sind wahrscheinlich keine Einheiten. Genau, also Assault, Medic und Heavy wahrscheinlich. Assault, Medic und Heavy. Wir warten jetzt noch, wir warten jetzt einfach mal, wer zuerst reinkommt. Das wähle ich dann aber, wo wähle ich das aus? Wähle ich das vorm Spiel aus? Im Spiel, im Spiel, im Spiel. Du kannst auch nicht, es gibt, das Geile ist, jedes Game ist auch neu, weil du ständig eine neue Map und es wird immer ständig die neue Fähigkeit, neues Vehikel und neues Verteidigungsgebäude variiert von Map zu Map. Aha, okay, okay, ja. Das ist ganz nice. Ich habe auch ganz frische Medic 10, die habe ich noch nie gespielt, die kann ich gleich mal spielen, um dich zu heilen. Ich werde aber gleich, ich spiele gleich mal Assault auf 10. Du spielst auch deinen Assault. Jetzt warten wir noch drauf, dass Sings oder Sitzkartoffel reinkommen. Und dann haben wir noch einen Heiler, dann ist geil. Okay, gut, ja. Wenn wir zusammen rumlaufen, ist wichtig. Du musst richtig, wenn du in der Deckung stehst, richtig, du leuchtest gelb in der Deckung stehst, das siehst du, du musst da richtig knapp hinter. Jetzt sieht man die Defenses, die Power-Ups und die Vehicles. Oh, das Vehicle ist sehr stark, da ist ein APC, da kann ich uns beide mitnehmen. Ich spiele mal einen gemaxen Assault. Level 10 Assault ist frisch bei mir. Wir laufen nach A, du hast auch einen Assault. Wieso ist dein Assault Level 8? Wieso ist dein Assault Level 8? Ist das nicht normal? Ich habe die ganzen Dinger gekauft. Ich habe mir nur diese paar Einheiten ziehen können, weil ich ja Level 2 geblieben bin. Ich habe 500 Euro ausgeben, meine meisten Einheiten sind Level 8. Du hast den jetzt Level 8 bekommen? Ja, keine Ahnung, Alter. Du hast das gesagt, ich habe es einfach gemacht, scheinbar. Also wenn wir schon auch Level 8, ja. Digga, what the fuck? Das ist ja krank. Jetzt haben wir A eingenommen. Ja, schon mal gut. Müssen wir jetzt auch defen, ja wahrscheinlich, ne? Können wir jetzt jetzt aussuchen? Okay. Ich hole mal hier einen Flammenwerfer, den habe ich Level. Du kannst ihn noch nicht, du hast fast noch nichts ready hier, ne? Nee, wird bei mir noch nicht angezeigt. Nee, gar nichts. Alles Schlösser. Okay, jetzt hier Luft, Luftdämmung. So, dann laufen wir hier direkt in die Deckung. Hier sind wir jetzt schon mal sicher. Jetzt habe ich hier, ich kriege gar, ich kriege keinen Dämmung. Ich kriege ein bisschen Schaden, ne? Ja, jetzt ist er 75% reduced. Dann den Spawner da schnell ausschalten. Die haben sich gerade gekauft, jetzt auch Level 8. Hier hat jemand Heilung gejuckt, sehr geil. Da kommt jetzt ein Heavy. Jetzt gehe ich hier schnell in Deckung. Ah, der wird auch geheilt. Schießt man nur auf euch, die nicht in der Deckung sind. Du kannst dir auf die dahinter schießen. Siehst du das? Ich schieße jetzt gerade auf den Sniper und auf die dahinter. Auf die da hinten flinken oder nicht? Ja, oder flinken. Oh fuck, fuck das mein Leben, oh mein Gott. Ah, ne, doch nicht. Aber was ist das für ein Bike, die ich da habe? Das ist dein, äh, das verschielt. Das ist, wenn der Heiler mehr heilt. Ah, okay, okay, okay. Das ist sehr gut. Macht Sinn. Die sind lost, die stellen sich nicht, guck mal, das ist keine Deckung. Das ist keine Deckung, da ist ein Zaun, die checken das nicht. Die denken, sie sind in Deckung, sind sie aber nicht. Fült man den Heiler zuerst? Heiler ist der, ja, ja, mit der Mütze auf. Genau, und jetzt ist der auch völlig im Arsch. Die schaffen es nicht, die schießen immer noch auf mich. Jetzt hat er es geschafft, ein Gebäude noch, das schnell zu bauen. Die checken es nicht. Oh fuck, was war das? Ein Klammwerfer. Da kommt der von hinten. Hier ist noch eine Suche da. Der Sota will 10 ist fett. Jetzt nehmen wir schnell Dings ein, aber wir verlieren A, ich laufe schon mal rüber. Ah, und das Gang geht so lange, ah ne, okay, noch zwei Minuten und dann, naja, die meisten Punkte hat, oder was? Ja, je nachdem. Variiert, es gibt ganz viele Dinger, wie du gewinnen kannst. Wenn beides, wenn es Sudden Death ist, gibt es das, was zuerst kaputt ist. Okay, das rüber zu A. Vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht schaffen wir es, ihn noch wegzuhalten. Abzuhalten, ja, ja. Ne, oh Gott, das sind alle. Ah, ich brauche Zings, ich brauche Zings. Da ist er. Okay, kein Problem, sie haben es. Fuck, hinter mir ist eine Soul. Wir wurden geflankt. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Ein HP. Scheiß mal, ich lebe noch. Was passiert, wenn man stirbt? Flammenwerfer kontert Barrikaden. Wenn man stirbt, ist man automatisch nicht, oder? Instant. Ne, automatisch nicht. Ah, okay, okay, ja gut. Dann habe ich, nice. Jetzt kann ich mir Sachen kaufen, was kann ich mir hier kaufen, was macht Sinn? Schwierig, viele Sachen. Ich habe jetzt auch mal hier gekauft. Ich dachte mir, das bringt vielleicht was. Oh, jetzt habe ich mir ein Fahrzeug. Zings, Rückzug, Zings. Oh mein Gott, der ist einfach der Kobold-Töte, what the fuck. Komm, so eine kleine. Oder mehr so ein Ofen. Mhm, ja, ja, sowas kommt da raus. Komm mal hier hinter, komm mal hier hinter, hier ist Deckung. Immer Deckung, kriegst du keinen Damage, ist viel geiler. Wir haben B verloren, wir müssen auf jeden Fall A jetzt auch kaputt machen. Das Fahrzeug zerstört. Zings bleiben wir auch mal hinter. Bleib auch mal in der Deckung stehen, wichtig. Flammenwerfer müssen wir töten, der geht hinter die Deckung, wegbursten. Full Fokus auf Flammenwerfer. Sauber, jetzt auf den Heavy. Wir müssten das Ding jetzt töten, oder nicht? Ja, ja, genau, und jetzt das Ding töten. Zings können sich alle wieder hochholen. Ja, okay, das... Oh, die gewinnen noch gleich, höll ich. Ne, wir schaffen das, wir schaffen das. Wenn wir das doch kaputt machen in den zweiten Sekunden, dann ist... Schaffen wir das noch? Kaputt machen, ey! Ich weiß, ob wir das nicht schaffen. 3, 2, 1... Oh mein Gott, das war mein erstes Game, wie nice. Das war dein allererstes Game. Wie nice. Defeat einfach. Okay. Geil. Ja, aber hat's Spaß gemacht. Das wäre gleich ein richtig, richtig geiles Sudden Death geworden. Ready up, ready up, ready up. Ready, okay. Ich mach nochmal, es holen. Oh, wir sind in ein Dings-Game reing... Hier, ich nehme mir das hier mal. Ihr könnt einsteigen. Einsteigen, dann kann ich das abgabe. Keine vor wie vor, okay. Ja, ab Exit, scheiße, was ist das, hä? Achso, einsteigen, einsteigen. Ich kann nicht draufklicken. Okay, dann haben wir mit dem Dings dabei. Ja, okay. Wie Buggy, Alter. Weiß ich nicht. Tänker, what the fuck, du fährst dir einfach oder was? Ja, aber ich lenke sie zumindest ab. Die Sucha trifft auch nicht, weil ich so schnell fahre, das ist geil. Er hat die nicht treffen. Ne, es ist ein Schild, scheiße. Okay, das ist schon mal gut zu. Sie ist schön zurückgetragen, aber ich will sie A einnehmen. Ich habe hier einen bei mir, der heißt Lappen und der heilt mich gegen, chillig. Ich versuche jetzt, das B1 zu nehmen. Ich habe hier erstmal einen Schütz kaputt gemacht. Ich komme hier durch, ich komme hier durch. Aber sieht gut aus. Oh mein Gott, ich habe eine Panzer, was das denn? Heilige Scheiße. Ali mit einem Panzer. Aber da bringt der Kuh nichts, ergesst. Ich habe den Typen nicht gebrochen, Bruder, was ist das denn? Wir kriegen ja gar nichts wie Schlauze, ne? Ja. Okay, was mache ich denn mit dem Ding? Das ist voll kacke, das ist nur Transport eigentlich. Und jetzt, wie steige ich aus? Ich steige gar nicht, das ist deins. Gar nicht? Achso, und du kannst jetzt davon schießen oder was, theoretisch? Ich bin wieder runtergegangen. Okay, jetzt habe ich den anderen drauf. Ah, okay. Also fahre ich jetzt in den raus? Der eine ist so gut. Das ist der größte Triad, gegen den ich je gespielt habe. Ich will jetzt ein Level 9 Panzer. Ja, tschüss, überfahren, du Sau. In der Mitte kommen gerade richtig viele. Ein Kill habe ich schon. Panzer getötet. Noch ein Kill. Der Wendekreis, Junge, vor dem Bus ist der. Suche als erstes töten, die kann mir als einziger Damage machen. Die haben wir auch noch. Leute, ich habe überlebt. Das war es zählt. Also der Panzer hat gerade komplett die Mitte geclared. Jetzt ist es Sundeath. Jetzt ist es Sundeath. Der Wendekreis ist der Stattige gewinnt. Jetzt die Frage, ob wir erst verteidigen oder erst angreifen. Was down? Ich bin der Heavy down, bevor der zu viel Damage macht. Ja, ich kann es versuchen gleich. Hier ist noch ein Heavy, ist noch ein Heavy. An der Seite. Und Sniper. Ich habe noch ein Kill, sauber. Sniper ist ja so bad, Digger. Was macht sie? Ich habe ein Heavy und überlebt. Wir kommen von oben, wir kommen von oben. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, die kriegen wir ja gar nicht down. Versucht nur zu verteidigen. Ich komme hier Step für Step voran. What the fuck? Gibt Lagebericht, wie es aussieht? Ja, nee, ich bin hier komplett off guard, Alter. Ich bin komplett... Was? Die haben den B-Ach du Scheiße. Also ich habe wirklich... Das war wirklich krank. Ich habe da einfach drei Gebäude kaputt gemacht und sieben Gegner. Zings und ich haben die komplette Mitte alleine geclared. Trotzdem verloren. Das ist das Ding. Ich fasse es nicht. Es sind neun Leute, ne? Es sind neun Leute, ja. Auch wenn ich sieben töte und zwei Gebäude mit Zings zusammen. Ja, ja. Und zwei gegen sieben gewinne, ist das Ding immer noch nicht trotzdem gewonnen. Und jetzt mache ich was richtig sickes. Komm mal her, komm mal her in die Mitte. Hier aktiviere ich jetzt das Schild. Jetzt kriege ich kein Damage. Kingen andere auch kein Damage? Und jetzt werde ich... Ja, alle, die hier drin sind, kriegen kein Damage. Schild ist stark. Jetzt können wir einfach deren Base attacken. Und alles, was uns von den Seiten noch angreift, können wir wegbörsen. Und je länger ihr schließt, desto mehr Schaden mache ich. Ja, absolut. Schillige Kombo, ne? Ich muss über den Damage. Ich habe gerade 1000 einfach nochmal gemacht. Ey, Junge, wie lange geht das Schild denn? Naja, das Schild ist level 9. Achso. Ja, perfekt. Also du sagst, endlich. Die haben ja gar keine Chance. Die haben ja A nicht immer zum Schild. Das ist ja so ein unnötiges Ding. Ich kann ja nicht mal aussteigen. Was eine Scheiße. Ich finde, wieso nimmst du das immer wieder? Das bringt nicht, das Transportmittel. Ich kann ja nicht überfahren, aber das bringt ja gar nichts. Nein, der sagt immer viel Damage. Ich hab mich übel weg. Ich kann nichts machen. Hier ist der Heavy gerade richtig, 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 richtig scheiße, der Heavy. Jetzt einfach das Ding in der Mitte wächst. Bäm. Oh, das könnten wir gewinnen. Lol, wenn wir das jetzt noch kaputt kriegen, wo der Counter runter geht. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Nice, das ist es. Lol, wir haben in der gleichen Sekunde Overtime gewonnen. Geil, sauber. Sehr gute Runde. Sehr cool. Ich bin dir sehr gefallen. Trimax, Bix, Wind und Zings, 1, 2, 3, so ist das richtig. Wir werden A einnehmen. Ihr nehmt B ein? Ja, ja, klar. Da kann man das Spiel, glaube ich, instant gewinnen. Echt? Ja. Ja, 10 Sekunden, genau. 10 Sekunden-Timer. Wenn wir beides haben, geht ein 10 Sekunden-Timer. Wenn wir es nicht schaffen, das in der Zeit zu zerstören, gewinnen wir. Ja, GG. Nice. Easy runter, I guess. Das sind doch mal ganz schnell Punkte. Ja, fertig. Victory. Wie geil. Alter, das war easy. Das geht auch mal gut, Punkte. Digga, es gibt erst Holz, dann Stein, dann Bronze, Silber, Gold und dann kommt Grandmaster bei 5.000. Und ich war Solo-Heartstuck bei Wood 3, obwohl ich immer mit so unfassbar viel Abstand Erster bin in der Rangliste. Jawohl. Ich hole den APC, steig mal bei mir ein. Bist du noch bei mir? Nee, ich deff hier den Punkt von uns. Irgendwie muss ich auch deffen. Ich deff auch. Achso. Ja, okay, also ich deff oben. Ja, komm, Healer, du Knecht. Komm mal zurück, wir treffen uns bei unserer Base. Wir treffen uns bei A. Ich bin bei A hier. Komm mal zu A, komm mal zu A. In A rein. Warte auf, du Schock, der APC ist full. Ist full, ist full. Fuck, aber das sind nur Heiler, das bringt nichts. Ich komm wiederher zu Fußball, warte. Digga, ich kann nicht gehen. Das ist ein Spartan-Fach, was soll das? Ich bin irgendwie nervig. Typical. Sparta-Kill. Penta-Kill. Tot. Fünf Leute getötet. Achso, aber wenn du in dem Ding stirbst, überlebst du, was ist das für das Game? Nee, ich bin gestorben. Achso, wenn du hinten drauf bist. Aber wenn du der einzelne Fahrer bist, nicht. Wir verlieren A Leben, wie kann das sein? Ja, aber wir alle rüberkangen sind zu B, ey, guess? Machen unfassbar viel Schaden einfach. Ich bin outranged und gekitert. Ja, Damage, Damage, Damage. Oh, ich hab einen healer Job. Das ist huge. Einfach drauf, Alter. Sauber. Das war krass. Das war ein maximal langes Game. 5400. Mein Rekord war 3900 Punkte. Digga, what? Wie viele Sterne krieg ich? Ich hab 34 Kills. Das ist fucking mächtig. Wo sieht man das? 4 und 30. Das kriegst du nur, das siehst du, glaube ich, nur, wenn du das Wappen da hast. Was hast du? Most Damage to Objectives. Highest Score total with a sword. Hast du. Da kommt einer oben. Guck mal, das ist halt sick, oder? Jetzt hab ich nur 3 Shot. Zuerst die Heiler. Pass auf die Heiler. Sauber. Jetzt eine Sword links. Sauber. Jetzt auf den Heavy. Ja. Bevor der der Damage schmerzstimieren kann. Heiler. Let's go. Wir haben 2 Heiler und 2 Sniper. Alles wegrasiert gerade. Komplett Bastard, Alter. Was ist das? Was ist das? Was war der Töne? Nein, 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 nein. Falschgeld, guck mal. Wer bin ich nicht so sauer, Junge. Also, der ist mir noch nicht gewonnen, aber das ist für mich unbegreiflich, ehrlich gesagt. Ja, die rennt halt die ganze Zeit rein, ich weiß nicht, was das soll. Von da hinten, von hinten, von hinten. Du bist ja verteidigt. Ja, wirklich. Die ist ein ganzer hinten vom Damage. Okay, ich exit mal das Ding hier. Ah, du Scheiße, ich ist es doch nicht. Ich nehme die 2 Heiler, das ist krank. Ja, die sind so schön, das ist einfach. Ach, du Scheiße. Das ist ja komplett dumm. Das ist ja komplett dumm. Verloren. Wir haben 3.700 und 3.600 Punkte. Und wir haben verloren. Schön hochheilend Dings. Oh mein Gott, ist nicht alle, Junge, die geben ihr Leben. Oh mein Gott, ich bin drin. Oh mein Gott, ich bin nur 5 Leuten drin, die können mich nicht töten. Die heilen mich. What the fuck? Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Ich hab's zum ersten Mal geschafft, 5 Leute gleichzeitig anzugreifen. Oh mein Gott. Lifestyle von 5 Leuten. Scheiße, ich hab das Ganze. Ja, ich hab das sogar. Ach, wie geil. Was für ein geiles Timing. Ja, das hat sich gelohnt. Sehr geile Runde. Let's go, geil. Habe Swain-Vibes. Ja, es ist so eine Mischung aus Swain und Wladimir irgendwie so. Ich bin in 5 Leuten drin und deswegen bin ich unbesiegbar. Und zieh deren Leben ab. Das ist, also das war, in 5 Leuten, das hab ich noch nie gehabt. So, jetzt spiele ich Firebomber. Darauf beruht gegnerische Gebäude auf eine so hohe Distanz zu zerstören, dass sie gar nicht wissen, von wo das kommt. Weil jetzt haben die natürlich einen Sniper. War da, also verarscht oder was? Entschuldig. Wir haben Sniper, ich kann jetzt machen, der kontert mich. Der kann alles ausweichen. Ja, das war's. Ich kann ihn nicht treffen. Man kann es einfach nicht treffen. Ich hab auch wenig Leben. Ach, Digga, da rast dich doch aus. Das ist auch geil, weil ich kann sie mit meinen Granaten aus der Deckung rauslocken. Dann kannst du sie einfach angreifen. Ja, aber nicht so geil ist die Tatsache, dass ich immer noch 2 AP habe. Ja, das ziehst du an, da ist tot. Entschuldig. Oh, fuck it. Ich brauch dich, ich brauch dich immer echt einfachen Sniper. Zieh uns hier noch ein Schild. War nichts machen. Ich bin da schon mal rüber zu anderen Positionen. Oder kommen hier noch viele? Da kommen noch einige, drei Leute. Da kommt noch ein Panzer. Dieses Kramding. Können wir mal haben. Nice. Digga, knappes Ding. Das war geil. Das war extrem geil. Leute, zinkst sogar vor mir. Man kann die Situation nicht forcen, ne? Aber dass ich von Across the Map deren Turm zerstören kann, wenn ich verteidigt werde, ist auch richtig stark, ne? Ja. Richtig stark. Okay, ey, das war sehr geil. Wir müssen unbedingt wieder zocken. Sorgt dafür, dass Flory das Game hat. Chef Strobel, Romatra. Wir müssen einfach zu dritt zocken. Junge, Romatra zu überzeugen ist dein Job. Du hast doch nie geschafft in so was. Ich habe ihn schon achtmal überzeugt. Er kriegt technisches hier. Er hat ein Samsung-Tablet sich gekauft für 1100 Euro. Das kann nur 4K. Das kann nur 4K. Und das kann die Elgato nicht annehmen, das Signal. Er kann nur 120 FPS, 4K, nicht runterskalierbar. Komplettes Drecksgerät. What the fuck, yo, ey. Ja, er ist auch stinksauer. Er dachte immer, er dachte immer, Android wäre besser. Aber das war's. Ich bin Stone 2. Stein 2, alter. Okay. Geil.